ist hallo und willkommen zum fixen werbevideos sind so war jetzt ist aber noch mal er hatte die Prämie und willkommen zum Präckert und Prämie im Zoll heute im Angebot krägert und Prämie um neue ja krägert ich frage den ich frage den aber erst mal gleich wie das okay dann steht da fest willkommen zum namenlosen zauber werbevideo nicht wirklich wenn er schon davon die maus jetzt so groß ist weil sie groß erscheinen sollte ich spiele meine kauft auf mini format das heißt wenn ich so meine kraft spielen würde könnte ich das locker zwölf mal locker in meinem fenster öffnen ja und ich sehe noch etwas nun hier gibt es aber gibt es viele warst wann kann sie man kann folgendes machen geht runter nachdem ihr euch alle schilder unten durch gelesen habt und macht ein quiz ihr könnt 9 diamanten raus gewinnen ihr holt ein freund auf dem server und kriegt 9 diamanten 10 diamanten und das mit jedem freund ihr macht das ihr macht auch ihr macht auch ein werbevideo und kriegt 24 diamanten oder ihr kauft euch ränge und hier könnte man gleich sofort essen holen wenn man smaragda hat geht man hier runter und tante mit den dorfbewohnern und falls ein schlauer typ meint die tiere zu töten es bauen immer neue hier kann man holz farmen holz farmen also nicht einfach hier rüber trampeln als kaputt schlagen und dann abkommen nein das nicht und bieten geht ihr glaube ich auch nicht also und das war es jetzt erst mal es gibt auch natürlich mit Wortmine die könnte zwar unterstützen indem wir ich glaube nicht in den Jahren entweder wenn die wenn die wenn man wohnen kann Wurte für den Zauber das eigentlich recht in Ordnung dann wenn man den vergleich mit vielen es gibt nämlich viele beschissenes Zauber sticht er doch die sticht er doch durch sticht er durch dort doch nicht dort sticht er durch seine er hat er hat sich okay mpj er hat sich okay und versucht auch nicht zu schieben dann werden darf auch mal so schauen willkommen ja willkommen das letzte Mal wieder und wir sehen uns das nächste Mal wieder in der langweiligen Ferbe Video Galaxie bei